guck Das ist lieber. Auch nicht. Was? Das ist nicht ohne. Ich bin leer. Maria, da können wir bis Weißgut wohin fahren. Der Projekt ist froh sein. Aha, ok. Boah. Agui, agui. Komm, ich schalte die Straße. Aha, und es ist heute billig. Agui. Ach, okay. Ach, okay. Warte, ich unbedingt mal. Was soll ich? Sie sind die Rundin. Was machen wir mit sie? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn? Was ist denn da? Was ist denn da? Ich denke, du bist das der erste Mal dritte, oder? Ja. Ah, gut. Was denn du nicht? Egal. Du hast jetzt ja kein Schnee mehr. Ja, nehmen wir gut ab. Wie der Citto. Jetzt fühl ich mich wie vom Boracaybis. So Titulinger ist drei Stunden lang. Ich seh ihn hier rein. Sie schlafen hier rein. Hallo Beatrice. Warum sagst du mich? Uschi, Servus. Papa, warte, wenn es fertig ist. Aha, muss ich warten. Aha. Das dauert nichts. Da ist ja nirgends auch Schnee auf der Straße. Was ist denn das? Da müssen wir rechts fahren. Und ich kann Schnee finden. Lass da rein. Schaut nicht. Siebes. Lass. Ja, ein Hundemann. A little bit far different. Da haben wir noch kein Schnee auf der Straße. Das ist kein Schnee. Das ist kein Schnee. Das ist kein Schnee. Das ist kein Schnee. Ja, da ist ja Schnee. Nein. Ja, das war aber gescheit. Nein. Seid ihr da? Ja, wir sind fleißig. Ja, ja. Da habe ich noch einen Vogel gemacht. Ja, ja. Apfel. Baut sich auch was her, du. Das schau. Aha, du darfst langlaufen. Das darf man nicht. Oh, ist ja ein Wald. Das ist heute Waldtag. Heute ist Samstag. Ja, das ist ein Wald. Na, schau. Da ist auch ein Wald. Wald. Da ist die andere. Ja. Auch Wald. Schau sie auch an den Wald. Are you not in wind? Nature's hat so. I know that since 40 years so. Ja, but... I see you is right. Wald. Das ist ein Wald. Haha. Hahaha. Ja, sonst fahren wir zum Gordabanzo wieder. Heck an Schnee. Komm braun. Haaaah. Das ist schon ein langer Lauf Leute, die machen jetzt die Ski kaputt auf der Straße, oje. Babushka. Ja, da rein sind wir da mit dem Schnee. Die Leute, wir fahren da jetzt links bitte. Links, ja. Ah, kein Schnee. Die Straße hat kein Schnee. Was ist denn da? Das ist Schnee. Das ist kein Schnee. Was ist das denn sonst? Eine trockene Straße ist das. Das ist eine A3. Was ist mit dir? Das ist wet. Ja, wet, aber kein Schnee. Okay. Das ist keine Schneefahrbahn. Nein, das ist gut. Da schau, so Radner haben sie angequatzt. Da schau. Na, Leute. Alles gut geräumt. Super. Bösch. Wieso denn? Ja. Wieso denn? Ja. Ja. Wieso denn? Wenn es ist dann, denke ich, dass wir da ist. So, so. Aha. Da. Bam. Bam, bam. Da ist ein weißer Baum. Essen to go. Freitag, Pizza. Brauchen wir nicht. Holzofenbradl hätte es heute gegeben. Na, na, na. A la carte. Noch da. Das ist schon hier. Mit zwei Reihen. Ate. 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 Die Autos sind auf der Aktion. Nein. Die Beatrice. Die Autos sind hier. Nein. Ich habe noch einen Autos. Nein. Ich habe noch einen Autos. Ich habe noch einen Autos. Da? Was? Wo? Wunsch nehmen doch! Neee! Wie mein Glitzerplastelin. Ein Glitzerplastelin hast du? Ja. Aha. Interessant. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, die waren die Wampen und die. Ja, gut. Die Box-Okener, denke ich. Weißt du? Okay. We're in a baited already or was? No. We're moved the rush, looks like. Okay. Warum kannst du drive too fast hier? Weil da eine trockene Straße ist. Da kannst du fahren. Weißt du? Weißt du? Weißt du? Oder wir sind in der Mitte. Wir wissen. Wir wissen, dass wir nicht mehr fahren können. Da schau, da oben geht es auch wieder. Schön. Fahrrad, Mann. Fahrrad, Frau ist das. Schnee, Schnee, Schnee. Jetzt ist das Steine, oder? Kleine Steine. Ja. Das ist jetzt nicht so slippery. Wenn jetzt Snowy, kannst du mit Robert Roberto runterfahren. Da ist es Schnee. Und der Neuer, also da, da muss ich... Wie du der, oder was? Nein. Das ist halt ein Gorabrafter, oder? Nein. Du hast dann das Schlechtes an auf der Schlossflamme in den Augen gesessen. So. Das Ding... ...nach... ...nach... ...not... ...geist... ...wenn der Sophie Agistinger machen. Was? Wie er bleibt, der an der Tab, der allein ist. Und dann seid ihr da gerade runtergefahren? Ja. Nicht da runter? Nein. Das stimmt eh. Das Auto ist driving. Und die Sofía hat nicht stopped und so. Und ich bin der Driver und ich sehe nichts. So, da drinnen wohnen wir. In der Kamerischen Hütte da. Oink oink. In der Kamerischen Hütte. In der Kamerischen Hütte.